hallo youtube und herzlich willkommen hier bei modbox ich bin's der gute pamo und wir schauen uns heute einen alten bekannten an und zwar den tatra phoenix 6x6 akku track aus dem ls 19 ich weiß jetzt leider nicht ob es den schon im 17er schon gab ja da möchte ich mir jetzt auch nicht gerade nicht darauf festnageln aber wir haben jetzt den jetzt auch im 22 und da schauen uns einmal die konfigurationsmöglichkeiten an die wir dabei haben wir gehen in unserer kaufmenü rein in die rubrik fahrzeug und dann bei lkws da haben wir unseren tatra phoenix 6x6 akku track mit 462 ps und 440 liter tankvolumen mit einer höchstgeschwindigkeit von 80 und 10,1 tonnen so was können wir hier dran jetzt einmal verändern und wir können jetzt einmal die reifen hersteller jetzt einmal wählen zwischen twölleburg michelin continental bkt ja und das war's wir können an dieser reifen variante leider nichts daran verändern wir haben eben halt dann die breit reifen variante oder eben als standard bereifung so wir können jetzt auch eine anhörer kupplung verbauen einmal standard mit sattel platte eben halt mit zug maul und sattel platte ja oder ja sattel platte wir haben auch noch die hauptfarbe können wir es auch noch mal ändern da haben wir eine diverse farbwahl die wir auswählen können sowie auch von den felgen farben her haben wir vier varianten die wir wählen können und ja zu guter letzt wir können auch unser kennzeichen auch verändern so mehr können wir da nicht verändern schade ist dass wir hier eben halt dann nicht wieder sowie im 19er die drei punkt aufnahme mit dabei haben so und dann schauen wir uns das gute stück einmal jetzt hier an wie man schon mal sieht ja eben halt ein paar drei also so wie man auch kennt ja sieht soweit recht gut aus und passt soweit gleich alles bereifen haben wir auch schön detailliert beschriftet kann man momentan nicht anders sagen wollen wir auch mal kurz ein kleines test machen ja das funktioniert das funktioniert ebenfalls und auch unsere nicht einheiten vorne funktionieren hinten dasselbe spielchen aber hört sich finde ich etwas kerniger an und man hat auch schön die druckluft pumpe die druckluft und besagt entschuldigung dafür die druckluft für die bremse wie sie eben halt auch schön abzischt und wie man sieht wir haben hier auch die hinterachse ist eben halt mit lenkbar damit wir auch die kurven besser nehmen können so auch unser fahrer ist so ein bisschen animiert wie man sieht und pedale wie man sieht wo zu nehmen ebenfalls die außerspiegel können wir auch mit nutzen das sieht soweit schon mal ganz gut aus und die hupe ist wesentlich anders als jetzt im neunzehner nicht so eine kleine ja die zuge warum auch mal kurz gucken wie das fahrverhalten hier es ist wenn wir jetzt die kurve ja kein kippen kein wackeln außer jetzt eben halt das fahrerhaus würde sieht soweit schon mal nicht schlecht aus und dann wollen wir uns auch mal kurz die lok anschauen in der lok kann ich aktuelles nichts feststellen wobei ich das im single player getestet habe wie es jetzt auf dem server ausschaut kann ich zu diesem zeitpunkt leider nicht sagen diese mod könnt ihr euch bei der seite motorb unterladen gibt es aktuell für pc mac und alle gängigen konsolentypen wenn euch diese kleine mod vorstellung gefallen hat lasst gerne daumen da lasst gerne abo da und die glocke nicht zu vergessen um immer auf neuesten stand zu sein sowie schaut auch bei dem guten christian vorbei der euch auch immer wieder neue und interessante mods präsentiert ich sage an dieser stelle tschüss und schau bis zum nächsten mal